Musik Mein Name ist Carola Tesche. Ich bin hier auf der SMT am Stand der EPP. Neben mir steht Herr Mirko Karsch von Microscan. Herr Karsch, welche Neuheiten stellen Sie dieses Jahr auf der SMT aus? Wir stellen dieses Jahr den neuen MicroHawk vor. Das ist eine neue Plattform für uns, die ist auf dem Markt seit 2015. Seit diesem Monat gibt es die Geräte auch mit einer UHD-Linse drin, was es uns ermöglicht, Codes, also direkt markierte Data-Matrix-Codes zum Beispiel, in der Auflösung von 2 Mill, was eine Elementgröße von 0,05 Millimetern entspricht, auszulesen. Das ist eine neue Technik. Die Markierung ist noch schwieriger als das Auslesen. Wir freuen uns, dass wir bereits soweit sind, diese Codes mit unseren kleinen Geräten auslesen zu können. Welche Zielgruppe adressieren Sie damit? Wir adressieren damit ganz klar die Elektronikindustrie. Die Markierung von Bauteilen und von Leiterplatten schreitet immer weiter voran. Das Thema Traceability wird immer stärker verfolgt. Wir stellen uns darauf ein und wollen den Ansprüchen des Kunden gerecht werden und denen ermöglichen wirklich jedes einzelne Bauteil, jede einzelne Leiterplatte rückverfolgbar zu machen. Und aufgrund der Baugröße, der kleinen Baugröße, der Bauteile auf den Leiterplatten werden diese kleinen Codes in Zukunft mehr und mehr benötigt. Und welche Entwicklungen sehen Sie aus technischer Sicht? Aus technischer, zukünftiger Sicht wird das Thema Traceability immer stärker werden, gerade in der Automobilindustrie. Es sind derzeit ca. 800 Barcodes in einem Automobil vorhanden. Die Elektronikindustrie, auch Medizintechnik, die neuen Regularien der EU schreiben auch vor, dass die Geräte markiert werden müssen, dass sie rückverfolgbar sein müssen, dass die Codes einer bestimmten Qualität entsprechen müssen, damit sie auch an jeder Stelle wieder ausgelesen werden können. Wir sorgen dafür mit unseren Produkten, dass wir a. diese kleinen Codes lesen können. Dazu haben wir auch noch eine Produktserie, die es ermöglicht, die Codes nach den entsprechenden Normen zu qualifizieren und zu verifizieren. Und welche Entwicklungen erwarten Sie im Jahr 2017? Wir gehen davon aus, dass sich der Markt weiterhin gut entwickelt, wie bereits im Jahr 2016. Die Traceability schreitet weiter voran. Es wird für Kunden immer wichtiger, ihre Produkte rückverfolgbar zu machen. Und um im Nachhinein genau sehen zu können, wann wurde welches Produkt hergestellt, an welchen Kunden verschickt, welche Bauteile befinden sich z.B. auf einer Leiterplatte. Das betrifft ganz besonders die Automobilindustrie und auch die Medizintechnik, die durch neue Vorgaben jetzt auch dazu getrieben ist, die Traceability weiter einzuführen. Vielen Dank für die Informationen. Dankeschön. Vielen Dank.